willkommen zurück zu rich bitch franklin ich meine zu gta ja der lambo ist aber eigentlich geil die panzerkarre ist auch richtig gut wir haben 7,8 millionen was machen wir könnte noch versuchen das ist hier wie diesen hacker laptop da fahren wir mal hin wir gucken uns die scheiße mal an was die sind mit dem hacker laptop auf sich hat wir müssen uns das ja mal angucken jetzt sind wir gleich da bei dem hacker laptop keine ahnung was das ist aber wir sind hier auf jeden fall im übelsten hinterhof jetzt müssen wir in den trailer und nicht da press e to purchase a hacker laptop 80.000 ok das ist auch eine methode super die wir haben wir haben wir aber dem mal weiter wir haben wir ist hier auf die Flieser Bank. Dann fangen wir jetzt einfach hin. Ist ja egal. Ich weiß, ich habe meine Klamotten nicht gewechselt. Nix. Vielleicht finden wir ja da noch Zeit. Ich rufe die Polizei. Gibt ja nur ein ganz anderes Problem. Oh scheiße, ich rufe die Kameras. Das geht schon los. Warte, ich muss nicht noch schnell umziehen. So, umgezogen sind wir. Jetzt hier wird aber wieder die Mask. Und jetzt hier, das ab hier. Was halten eigentlich noch? Wie ein Sturmgewehr. Was ist los hier? Ich rufe nur mal guten Tag. Das ist wieder dieselbe Scheiße. Das wird wieder so eine kleine Pistbank sein. Ey. Braust nicht jedes Mal schreiben beim Schultz. Gucken, schreit die wieder? Ne. Hack the Vault Door. Gut. Mal gucken. Wir hacken die Scheiße. Oder den Labby raus. Das geht aber mit der Maus. Komm schon. Brute Force. Zack, zack. Scheiße. Ich hoffe, ich hoffe, dass diesmal mehr. Oh yeah. Sehr schön. Ey, die Tür will zugehen, aber es geht nicht. Weil ich da stehe. Mein Gott. So schön, rennen die Kohle. Das sind aber bis jetzt auch nur 215.000. Aber wir haben ja noch Gold. Zack. Hm, das Gold scheint nicht so viel wert zu sein. Halbe Million. 501.000, um genau zu sein. So. Wie? Was soll ich jetzt hier tun? Wie kriege ich jetzt hier noch mehr Kohle? Gib bitte noch was. Hier bei euch. Lasst mich rein, Mann. Wer bist du denn? Junge war der schnell. Scheiße, Mist. Ich muss weg. Wer? Wer denn da? Ich hoffe, auf meinen Lambe zu schießen. Oh, da vorne ist schon gleich wieder einer. Ja, er hat mich an Tüch gesehen. Oh. Ich bin ja am Knast. Ist doch ganz schlecht. Ich will auch nicht hier in den Kanal fahren. Er ist natürlich scheiße, aber hier sind es natürlich genau richtig alle Bullen. Die können aber schneller sein als ich. Ich muss auf die Autobahn. Aber bin ich da. Da, oder? Ah, er will gerade raufkommen. Bitte sieben. Ja, gut. Doch, er hat mich gesehen, ne? Er hat mich gesehen. Jetzt hecke ich durch hier. Vorne kommt natürlich wieder einer. Straßensperre. Ja, schieß doch, mein Lambo, ihr blöden Schweine. Natürlich nicht so toll. Das kann nicht sein. Das ist schlecht, was ich hier mache. Ganz, ganz schlecht. Scheiße. Hier kriegt ich eine Location. Ja, ey. Er hat mich natürlich gesehen. Ey. So blöde. Oh. Safe. Okay. Hey, Belize. Verschützt mich. Ich bin kein Idiot. Ich muss mich nochmal kurz hier überstecken mit meinem getunten Lambo. Die fahren natürlich die Straße lang. Die fahren natürlich die Straße lang. Boah, ey. So, mal gucken. Mögliche Beute. Fünf Millionen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Egal, was soll's. Scheiße, doch. Hauptsache, wir haben Kohle. Mein Auto reparieren lassen. Meine schöne Gare. Lass mich raus. Aber das ist der Panzerwagen besser. Also ganz ehrlich. Also er hält mehr aus und so. Der ist zwar gut schnell, aber der andere hält auf jeden Fall mehr aus. So, wie machen wir das jetzt? Komm mal hier. Wir mohren uns jetzt einfach. Union Depository. Wir holen uns den Sprengscheiß für die Union Depository. Für die Superbank. Ich will wissen, was da rauskommt. Aber mal schauen. Da steht er. Der Finne. 452.000? Bombs, we are added to the back. Okay. Wir müssen zur Polizei. Go to the police station. Das wird nicht gut ausgehen. Fahrzeug machen. Alter, warum muss ich das tun? Was ist denn das? Loot the crate. Okay. Na los, was ist da drin? Okay. Exclusive hat den Editor. Ah. Boah, jetzt zur User in Depository? Alter, die machen mich doch vorher kalt. Guck dir das mal an. Alter. Alter, ich hab schon Platten. Gebt mal weg hier, Digimose. Wie soll man das machen? Mein schöner Lambo, den kann ich danach vergessen. Nicht normal, schaffe ich nie. Ich hab ja nicht mal schusssichere Weste. Wir warten die lauern natürlich schon bei der Union. Alter, ich hab kein, nix, gar nichts. Das kann ja was werden. Ach, du Scheiße. Okay. Boah. Easy. Easy, Mann. Warte mal, ich kann doch essen. Okay. Kriege ich ein bisschen Energie davon? Sonst auch. Kriege ich. Alter. Ich schaff das nie hier raus. Nie. Alter. Was ist das für eine Bombe? Okay. Wow. Die Tür war schneller weg, als man gucken konnte. Ist hier noch was? Volle Sterne. Voll. Was ist das hier? Ah, Kameras. Gut, okay. Die haben mich doch sowieso schon längst gesehen. Ich meine, ich musste in die Polizeistation einbrechen, um mir den Sprengsatz zu holen. Das ist völlig krank, ey. Was ist denn das für eine Mission? Das schaffe ich nie alleine. Nie. Alter, da ist... Alter, kann man hier viel holen. Wo kommt denn mein Gewehr auf einmal her? Passiert hier noch was, oder? Ach, okay. Auf ihr brandt, oder was? Dann lass mich mal da rein. Ich sag mal schnell das Geld ein. Wie komm ich denn jetzt hier an das Geld? Ah, jetzt. Ach, Leertaste. Ach, jetzt muss ich Leertaste drücken. Oh, das hier. Kill the Cops. Super. Die stehen da schon. Ich wusste das. Man hat sie ja schon auf dem Radar gesehen. Oh, Mann. Kannst du deine Maske bitte wieder aussetzen? Habe ich noch eine bei? Wieso hat der? Ja, gut, okay. Machen wir Bandana. Wo ist meine Tasche? Das wird nichts. Das wird nichts. Kleiner Linksrennen zum Auto. Oder ich nehme die Karre. Die ist besser, glaube ich, als die Lambo jetzt. Das hat, glaube ich, ge... Ich weiß immer noch nicht, wie viel Kohle ich habe. Das ist das Schlimme. Wieso bin ich da so heil erst mal rausgekommen? Naja, klar. Der Wagen ist ein bisschen gepanzert da hier. Als der Lambo. Das hätte keinen Sinn gehabt. Ich hoffe, wir haben am Ende so viel Kohle, dass wir uns dann mehr als genug Lambo's leisten können. Ich muss hier runter. Alter, dieser beschissene Heli. Aber selbstverständlich sind die hier unten. Der war vielleicht nicht ganz so clever von mir. Oh, Dreh hoch da. Danke für die Hilfe. Der war nicht ganz so clever gelöst. Lass mich mal durch hier kurz. Weil ich weh ja nur hier rum. Scheiße, Mann. Keine Chance. Ich will mir eine Lackiererei brauchen, mit der Scheiße auch nicht fahren. Die wollen uns ja da nicht sehen. Oh, da sind es viele. Ich komme auch gar nicht weg, hier. Ey. Sorry, wenn ich mir so viele Räder, aber ich bin... echt unter... Anspannung. Steig aus, Junge. Jetzt läuft der da... Kann das Ding auch mal Gas geben, oder? Alter, diese Hubschrauber. Ich muss die loswerden, irgendwie. Was soll denn das? Wieso lauten der hier schon? Ja, so geht es nicht. Wegen meiner... Doofheit. Weil ich nach oben geguckt habe. Ich vollidiot. Fuck, ey. Ja, nichts natürlich. Alles weg. Das war heftig, die Runde da. Mein Gott, nee. Irgendwo soll hier mein Lambo sein. Ich würde sagen, hier... Wartet, ne? Na gut, wir werden mal erstmal... gucken. Scheiße, Mann. Und das Ding zu organisieren. Das war auch schon so teuer. Erhört mich jetzt. Also, wir müssen genau vor der Tür parken. Und am besten mit dem Panzerwagen. Egal. Jetzt wissen wir... Jetzt sind wir ein bisschen klüger. Beim nächsten Mal schauen wir es. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und, äh... Ja, das war es leider für die Folge. Und, äh... Schön, dass ihr dabei wart. Haut er rein. Ciao.